heute möchte ich gerne mal was sagen und zwar werde ich jetzt immer von montag bis freitag immer jeden tag so immer gegen 15.30 werde ich streamen ab 15.30 fangen an leute der stream kann eine stunde gehen zwei stunden aber auch mal drei stunden leute je nachdem wie ich halt lust habe aber ich werde jetzt immer jeden tag ab 15.30 streamen von montag bis freitag